Postkarte, 14. Dezember 1920, Berlin, Motzstraße, 78, Hotel Koschel. Hochverehrter Herr Direktor und Dichter, ich schrieb eben Frau Direktor Theater Marta Crispin Walden, die Rektorin und Schauspielerin in Rotterdam, Diergaardesingel, 97b, die mich vortragen hörte in München und Vorträge für mich in Holland bieten möchte. Ihre Adresse, Herr Direktor, Sie hätten oft über mich geschrieben. Interessieren Sie meine gesammelten Bücher mit zehn eigenen Illustrationen. Viele Grüße, Ihre Else Lasker Schüler. Postkarte, 6. Januar 1921, München, Hotel Leinfelder. Lieb verehrter Herr Doktor, vielen Dank für Ihr Interesse. Wie freue ich mich, wenn Sie mal hören, wie ich vortrage. Was fehlt Ihrer lieben Frau Gemahlin? Haben Sie guten Arzt? Also auf Wiedersehen, die Bücher an Sie unterwegs. Ihre Sie verehrende Else Lasker Schüler, der Prinz von Theben. Die Bücher an Sie auf Wiedersehen, der Prinz von Theben.